Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Im Dschungel ist der Affe los So, was machen wir denn? Ich würde mal sagen Wir suchen uns noch ein paar Fragezeichen, oder? Und nebenbei töten wir ein paar Tiere Bist du einverstanden damit? Ja genau, auf dem Arsch habe ich das Bussi bekommen Schau mal, hier mal ein Fragezeichen Hier, hier, hier Ich würde sagen, wir nehmen das da unten Einverstanden? Irgendwelche Einwände? Soll ich die alle mitnehmen? Ja, wir nehmen alle mit Komm, wir machen Expedition Rufen wir uns jetzt zusammen Hören die mich? Kommen die? Na los! Der Chef hat gerufen Ja, warum kommen die nicht? Bin ich nicht mehr der Chef, oder was? Mitkommen! Wir gehen zum Fragezeichen Und sterben aus Kommt keiner mit? Doch Alle dabei Jetzt habe ich ihnen keine Waffen gegeben Ah, hätte ich ihnen Waffen geben sollen Ich mache den T-Shirt Ja, einen habe ich schon kaputt gemacht Den machen wir jetzt platt Wenn er kommt Wenn er sie wichtig macht Dann legen wir ihn um Dann machen wir ihn um Machen wir ihn an einem Vorlegeteppich machen wir aus ihm Wir arbeiten zusammen Oh, hier ist wieder ein Gebiet, wo ich noch gar nicht kannte Oh, Mann, 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 Mann. Boah, ich kann ja nichts hier schnuppern. Aber ich kann diesen hier. Das tut's auch. Damit der Kreis voll wird. Ja, nochmal drei Stück. Das ist ganz gut so. Ich hoffe, dass der Schwarz hier jetzt nicht kommt, weil der ist ein bisschen hartnäckiger wie der Goldene. Aber hier haben wir noch zwei, drei. Ich glaube, das reicht. Den noch und dann können wir... Jetzt müssen wir Richtung Mond gehen. Wo ist der Mond? Was ist denn das? Wo müssen wir jetzt hin? Ah, einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Den hier. Jetzt haben wir es. Da ist der Mond. Da müssen wir hin. Damit wir dieses Gebiet freischalten. Und dann können wir das Fragezeichen nochmal. Oh, schnell, schnell, schnell. Komm, lauf. Man darf hier beim... Oh, 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 oh. Umgelegt haben wir nicht, aber der Speer steckt drinnen. Hast du gesehen? Der Speer steckt in ihm. Das wird er sich das zweite Mal nicht mal überlegen, oder? Wo er nochmal kommt. Das brauchen wir aber eine Waffe, weil wer da nochmal kommt, schaut schlecht aus. Erstmal zur Fragezeichen. Wir haben ihn quasi gespickt. Wir haben ihn markiert. Oh, der Fluss ist aber sehr reißend. Ich schau dir nochmal das an. Da ist er wieder. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ohne Waffe ist nicht so gut. Wir brauchen eine Waffe. Da muss ich hoch. Ich muss mich heilen. Aber wenigstens können wir ihn jetzt abwehren. Das ist schon mal nicht schlecht. Da sind die Heilsachen. Da ist er. Nimm das. Affe. Da, 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 da. Oh, was macht der denn? Er hat sich's geschnappt, schau. Er macht das gleiche wie ich. Ist allen beigebracht. Einreiben. Buffen. Okay, jetzt brauchen wir eine Waffe, damit wir ihn töten können. Ohne Waffe sieht's schlecht aus. Irgendwo, ein Stein reicht schon. Ein Stein reicht schon. Was liegt hier rum? Stock. Stock ist auch gut. Ich hoffe, er kommt so schnell nicht wieder, dass er ein bisschen eingeschüchtert ist. Hand wechseln. Jetzt bringe ich ihn auch bei. Wo ist er? 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 Da ist er. Ah, wir haben ihn bedroht. Die haben ihn bedroht. Die haben selbstständig ihn verjagt. Geil, Mann. Die machen das jetzt schon alleine. Okay, eine Fragezeichen. Wenn wir hier reinspringen, dann treiben wir vielleicht genau an die Insel hin. Aber hier ist schon echt extrem. Hörst du, wie es rauscht? Wir probieren es mal. Schwimm, 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 schwimm. Was sind denn das für Vögel? Hallo, Voguelein. Okay, wo ist das Fragezeichen? Da hinten. Ach, das ist unterhalb. Schaffen die das alle? Oh, der Kleine. Was soll denn das? Warum lässt er denn den Kleinen runter? Warte mal. Wo sind jetzt die Kleinen? Da. Ruckepack. Und der hier. Ruckepack. Und du gibst meinen Stock her. Ähm, geben. Anwenden, analysieren, warten. Nein. Ich will eigentlich das nehmen. Gegenstand nehmen. So. Toll, jetzt sind wir hier auf der Insel. Das Fragezeichen war wo? Da unten. Oh, ganz schön weit weg, hä. Jetzt noch ein anderes Fragezeichen. Das wo ein Meer da ist. Kann man hier schlafen? Oh, oh, oh. War glaube ich keine gute Idee, auf die Insel zu gehen. Ah, da geht's rüber. Komm, 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 komm. Komm. Komm, nein, ich treibe ab. Scheiße. Oh. Oh, Glück gehabt. Da war, da war ein Felsvorsprung. Oh, kacke, Mann. Schau mal den riesen See an. Ich hoffe, da gibt es keine großen Fische oder sowas. Okay, kommen die kommen die hoffentlich alle mit Der ist da Ich hoffe ich verliere keinen auf dem Weg Okay, da ist das Fragezeichen Oh, wir haben es entdeckt, wir werden es Na? E Hohohohohohohohohoho Ich hoffe ihr habt keine Verluste Ja, das stimmt, ich kann hier neu siedeln Das ist glaube ich auch ein ganz gutes Eck hier So, der große See Seeuferoase Klasse, klasse Müssen wir hier erstmal alles erkunden Was hier alles gibt Die Dinger brauchen wir um ein Bett zu machen Damit wir hier siedeln können Aber hier gibt es wenig zu essen Wahrscheinlich gibt es dafür viele Zum Fischen, warte mal, das lasse ich mal fallen Jetzt habe ich nur noch eine Hand Achso Ach, das ist was zum Essen? Ich dachte Da waren wir hier mal Bettchen Genau hier, oder? Hier ist eine große Fläche Ach, ich muss denen jetzt alles beibringen Zweimal Klick Da muss es doch schon gehen, oder? Nein? Darf ich hier nicht siedeln, oder was? Warte mal, wo ist denn noch so ein Strauch? Puh Eigentlich brauche ich nur noch zwei Stück Warum muss ich hier drei hinlegen? Wo war denn das jetzt? Man sieht es echt schlecht Da Oder? Jetzt habe ich zwei in der Hand Jetzt hat Machen wir ein Bettchen Jetzt haben wir ein Bettchen Jetzt können wir hier siedeln Ja, Hosentaschen wären echt nicht schlecht Oder ein Koffer, gleich so ein Rolli Weißt du, du es hinterher ziehst So Aber wir müssen pennen Es ist schon Oh, drei Uhr Machen wir mal Z Wie zügig Dann machen wir E Wie Evolution Dann schauen wir mal Da hat doch gerade was geklickt Hier Stärke und kontrollieren Na Stärke und kontrollieren Die Erfolgsquote beim Ändern Mithilfe eines Werkzeugs Hat sich erhöht Das ist nochmal ganz geil Oh, mein Bildschirm will nicht mehr Was haben wir hier noch Ein Zug raus Da haben wir nichts Neues Dann machen wir mal die alten Sachen Noch weiter, oder? Die, wovon übrig geblieben sind Vom Generationswechsel Oh, ist aber langer Weg Mal das hinkriegen Bingo war sein Name Formerkennung Automatische Erkennung Aller Ressourcen Derselben Art in der Nähe Des Zielobjekts Ist möglich Zu wenig Dampf Zu wenig Dampf Dann pennen wir eine Runde Heute kann ich nicht so lang machen Weil Morgen muss ich den Kleinen In den Kindergarten fahren Weil morgen im Kindergarten Schwimmkurs ist Da lernen die Schwimmen Da ist ein Pool im Keller So, jetzt warte mal Ich brauch Ich brauch Ich brauch Erstmal was zu fressen Dann saufen Muss verhungern Und verdurschen die alle Gib dir mal die Aussicht Da hättest du auch gern Haus, oder? Lieber Livestream Hier eine Hütte haben Palmen Kokosnüsse Das wär schon Quant, oder? Okay Muss doch noch irgendwas Mit Werkzeug gehen, oder? Und sowas Die Dinger da alle Freischalten Dann gibt's Neuronen Habe ich überhaupt Kinder dabei? Ja, zwei Stück Thema Ja, 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 ja Wir haben hier Früchte Wir haben Ich glaube ich muss die mal alle Mit Waffen ausstatten Wenn wir weiterziehen Ich brauch dazu Stein Oder Obsidian Wär auch gut Na? Kommt, stottern Das jetzt so Da ist Stein Ah, hier liegt auch Stein Stein Hast Hand wechseln Und bearbeiten Ja, da würde glaube ich jeder siedeln wollen, oder? Schade Schade, dass wir nur Granit haben Warum kein Obsidian hier ist Da würde es viel schneller gehen So, noch besser wäre Basalt Jetzt ist er spitz, oder? Ist er spitz genug? Haben wir das komplett? Nein Oh, ist da aber im Stein Ewig Oh, da bin ich ja morgen noch da Wenn ich die alle ausrüste Wenn ich weitermache, wird es den Zahnstocher Ah, jetzt klickt er jetzt nicht mehr Okay, du bekommst jetzt den Stock von mir Geben Bitte schön Nein, nicht den Stein Den Stock Okay, machen wir noch einen Ich glaube schon Oh, da ist важно Ich glaube Auf diese Es wäre cool, wenn wir das machen können. Warte mal. Ich fordere sie dazu auf. Hast recht. Oh. Warte mal. Da war was. Ich höre was anderes. Und wo kommt das von oben? Irgendwo ist eine Schlange. Ich höre sie doch. Wo ist die Schlange? Ist die oben? Shit. Ich höre einen Feind, aber... Ich kann nicht analysieren. Schau sein Auge unten links. Das wird gelb. Dann weiß er das, was in der Nähe ist. Hinter mir. Das ist 100 pro oben. Pass auf, die mache ich fertig. Wahrscheinlich noch nicht gesehen, wie ich eine Schlange getötet habe, oder? Nein, nein. Warum denn? Was habe ich in der Hand? Stock. Oh, ich höre sie doch ganz nah. Spinne ich jetzt? Wo ist die denn? Genau hier war sie doch. Sie ist auf dem Baum. Ich kann sie bedrohen auf alle Fälle. Wo ist die Mist-Sau? Ich wundere, dass sie nicht angreift. Oh, jetzt kommt sie. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich seh sie nicht. Hey. Die hängt da unten, oder? Nein, jetzt ist sie wieder hysterisch. Mann, 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 Mann. Wo ist denn die Scheiß-Schlange? Jetzt hat er wieder ein Problem. Bleib stehen. Bleib stehen, dummer Affe. Ich kriege ihn nicht unter Kontrolle. Scheiße. Die war genau da irgendwo. Komisch, oder? Das war doch ein Bug. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Jetzt läuft er wieder rum. Hysterisch. Was ist denn jetzt los? Jetzt spinnt das Spiel, glaube ich. Gar nichts machen. Schau. Er macht alles alleine. Greifen. Nach was willst du denn greifen? Ja, dann ist es mal. Vielleicht geht es dir dann besser. Ich wechsle mal den Affen. Hat der was in der Hand? Toll. Der wollte ein Bett bauen. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe die Schlange. Normalerweise erkennt man die sofort. Jetzt ist sie wieder da. Weil ich was bedrohen kann. Ich brauche eine Waffe. Wo ist denn eine andere Affe? Warum hat er denn jetzt Gestrüpp in der Hand? Der Depp. Legt es ab. Da war sie. Jetzt habe ich sie gesehen. Aber die kommt hier. Warte mal. Bis jetzt noch nicht. Da sind Stöcke. Da sind Stöcke. Da sind Stöcke. Jetzt schnappe ich sie mir. Die Schlange. Die kriegt von mir ein Speer ins Maul. Na komm. Schnell wechseln. Nein. So und ein Stein. Na da haben wir ja einen Stein. Machen sie komischerweise nicht nach. Das kann ich ihnen nicht beibringen. Doch doch. Kann ja einmal schlagen. Und dann. Komm mach fertig. Die Schlange nervt. Aber das ist eine große. Eine Boa. Die wird man wahrscheinlich mit einem Stock nicht töten können. Nur verjagen. Mehr oder weniger. Vier Zuschauer. Hi. Servus. Herzlich willkommen. Beim Affenstall hier. Okay. Jetzt hat. So. Wo ist die Sau? Wo ist diese Schlange? Sag mal. Ist das eine Navy Seals Schlange? Ich finde die nicht. Man hört sie durchgehend. Normalerweise wenn man ruft, dann kommt die. Da oben ist sie. Jetzt habe ich sie gesehen. Hey, hey, hey. Da war sie doch, oder? Ich finde dich. Ich finde dich. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Die ist doch in die Richtung, oder? Irgendwo da ist sie. Wo ist sie? Hinter mir. Da ist sie, oder? Nein. Wo ist denn diese dämliche Schlange? Was ist hier denn? Eier. Gibt es hier Dinosaurier, oder was? Wo ist diese Schlange? Die müssen wir verjagen oder töten, weil die bedroht uns die ganze Zeit sonst. Das gibt es doch nicht. Normalerweise kann man die sofort orten. Jetzt ist sie weg. Also das Ding hier habe ich auch noch nie gesehen hier. Sieht aus wie so ein Dinosauriernest, oder? Oder von der Schlange. Okay, jetzt ist sie weg. Ich glaube, die haben alle Hunger. Hier gibt es was zu essen. Guck einmal. Leckerfrüchte. Okay. Okay, dann gehen wir weiter. Hier ist nicht sicher. Komm, mitkommen. Wo ist sie denn jetzt? Ja, jetzt ist sie verarschen. Jetzt, da hast du davon hier. Rein mit dem Stock. Und nochmal eins mit dem Stein. Dämliche Schlangevieh. Warte mal. Nochmal, oder was? 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 Da war die in dem Gebüsch. Die müssen wir töten. Stock, 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 stock. Kein Stock. Hast du gesehen? Wie die sich versteckt hat. Zäcki. Na, abend, Zäcki. Wie geht's? Viel Spaß. Oh, ich muss für YouTube das Video beenden. Keine Angst, ich gehe nicht weg. Ich mache nur so einen Schnitt. Weil ich nehme auf. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst Kommentare da. Wenn ihr ein Abo da lasst, macht die Glocke an. Dann verpasst ihr kein Video. Ciao, euer Opfi. Ciao, euer Opfi.